Moin Leute, hier wieder willkommen, herzlichen, äh, ja, herzlichen Dank und schönen Grüße von Pascal Nien, von meinem Kanal und ja, jetzt kommt eine Nachricht, ähm, die wird zwar nicht so erfreut sein wahrscheinlich, aber ich muss leider damit aufhören, ein, ähm, mein Free Zoo wird das letzte Mal heute gezeigt und das nur kurz, das wird nur ein Verabschiedungsvideo, ähm, wer Fragen hat, schreibt was, ich werde dann natürlich noch ein Video machen und beantworten und, äh, als guten Schluss werde ich mich auch noch bedanken bei jemandem und zwar bei Ulil1, so, er hat mir geschrieben, darf ich, wenn ich Level 15 bin, in eurer Organisation mitmachen, ich habe alle deine Videos gesehen und bin ein Fan von dir, ja, klar, danke Ulil1, äh, Ulil, Ulil1, ähm, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, sobald du 15 bist, schreib mich an, also Level 15 bist, schreib mich an, äh, und ich bis dahin eine Organisation habe, ich würde mich freuen, ähm, und wenn ihr Lust habt, macht das auch, ich werde noch vielleicht ein paar Tipps von, oder Spielevideos rausbringen, und zwar, um euch einige Sachen, wie soll ich sagen, äh, besser zu erklären, ja, würde ich so sagen, besser zu erklären, wie zum Beispiel, neue, äh, äh, hier, Stories, Aufgaben, bla, Im, äh, Diamantenkauf werde ich euch vielleicht noch was erklären, aber da, ihr müsst mich selber fragen, äh, Geschäfte mit Tieren, bla, Aquarien, Terrarien, Clownfische und haste nicht gesehen, ähm, wenn ihr echt wollt, dass ich weiter mit Videos mache, schreibt mir bei YouTube unter dem Video was, und sobald ich mehr als 5 Stimmen habe, die sagen, ich soll weitermachen, werde ich auch weitermachen, weil ich bin am verzweifeln, wenn ihr nichts schreibt, wenn ihr nicht abonniert, wenn ihr nicht comment, äh, liked, was soll ich machen, ich kann ja nicht von selber aus irgendwie entscheiden. Naja, damit, äh, bedanke ich mich für die Zuschauer bei MyFreeZoo, und, ähm, es werden auf jeden Fall neue, äh, äh, Sachen rauskommen, also, vielleicht nicht jetzt MyFreeZoo, aber zum Beispiel die andere Let's Play, also MyFreeZoo, Let's Plays, und haste nicht gesehen, und, ja, damit verabschiede ich mich, ich bedanke mich bei euch, und, äh, guckt weiterhin meine Videos an. Danke, ich hab euch gerne, ciao! Danke, ich hab euch gerne, ciao!